Es gibt eine neue Dschungelkönigin. Am Samstagabend war es endlich soweit. 24 Tim, 23, Lucy Diakowska, 47, und Leila Lahua, 27, kämpften im großen Finale vom Dschungelcamp um die Krone. Auf Platz 3 landete Influenza Tim. Am Ende konnte Lucy gegen die ehemalige der Bachelor-Kandidatin Leila das Rennen machen. Doch wie kommt Lucy als neue Dschungelkönigin bei den Zuschauern an? Auf X sind die Fans außer sich vor Freude. OMG, ich freue mich so sehr. Lucy hat den Sieg sowas von verdient, kommentiert ein User glücklich. Lucy ist einfach die beste Wahl für den Titel als Dschungelkönigin. Sie hat konstant gute Leistung erbracht, war immer nett und hat sich top ins Camp eingebracht, schwärmt ein anderer Zuschauer von Lucys Sieg. Die Daylight in Your Eyes-Interpretin kann ihren Erfolg selbst kaum fassen. Nachdem Sonja Ziedlow, 55, und Jan Köppen, 40, ihren Sieg verkündet hatten, fiel Lucy den Moderatoren glücklich um den Hals und brach in Tränen aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017